Ihr seid klar? Achtung, ready und go! Direkt fließende Übung, Ellbogen zieht hoch, es ist eine Bewegung, die sich aus Teilbewegungen zusammensetzt. Bleibt frontal mit Hüfte und Schultern. Beim Tobi sieht man sehr schön, der ganze Körper ist unter Spannung, Bauch, Brust, Rumpf, alles ist angespannt. Rücken gerade, wenn ihr nach unten geht, das ist das A und O, drei Sekunden noch, ihr macht es ganz toll und kurze Pause.